Burg Hornberg, die Burg des Götz von Berlichingen. Baudiburg, ein Blick hinter die Kulissen. Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und gleich werde ich mir mit Klim die aktuelle Folge Baudiburg über Burg Hornberg anschauen. Es gibt jetzt gar nicht groß rumgerede, auch keine Werbung, aber guckt mal auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr ein bisschen in den Quellen stöbern, im Merch-Shop auch, aber vor allem in den Quellen, und ne Bitter an euch. Ich weiß, knapp die Hälfte der Leute, die das gucken werden, haben noch kein Abo. Und es geht auf die 100.000 Abo zu, ist nicht mehr so wahnsinnig weit, aber gerade geht es extrem langsam. Also wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, ich mach das selten, ich bettel selten um Abos. Jetzt nicht mehr weit, dann gibt es auch schöne 100.000 Abo-Specials, ich verspreche es, aber gebt euch einen Ruck, lasst ein Abo da. Und jetzt zu klimmen. Okay, 3, 2, 1, let's go! Es ist das krasseste und größte, was ich jemals in 14 Jahren Minecraft gebaut habe. Seit jeher übertrafen sich die Menschen beim Errichten beeindruckender Bauten. Auch heute gibt es etliche solcher Konstrukteurinnen, doch sie bewegen keine Steine, sondern Pixel. Nun lassen wir einen der Besten von ihnen, Baumeister Klim, gegen eine Schar von Herausforderinnen antreten. Ihre Aufgabe, die Burgen des Mittelalters wieder auferstehen lassen. Wer überzeugt das Tribunal mit seinen... Immer noch cooles Intro. Und wer hat am Ende noch alle Zinnen in der Mauer, findet es heraus bei Bau die Burg. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Bau die Burg. Der heftigsten Auseinandersetzung seit dem Investiturstreit. Auch diese Woche müssen zwei Profibaumeister eine... Was ist der Investiturstreit? Ja, erst mal, warum quatsche ich da nicht dazwischen? Ich quatsche doch immer dazwischen an der Stelle. Der Investiturstreit ist der Streit zwischen dem Kaiser und dem Papst, darum, wer die Bischöfe einsetzen darf. Und seit den otonischen Kaisern haben die Kaiser dieses Recht an sich gezogen und haben Bischöfe eingesetzt. Und der Papst hat gesagt, das dürft ihr gar nicht. Und dann gibt es einen ganz heftigen Streit und am Ende ist der Gang nach Canossa, bei der der Kaiser quasi als... Um seinem Kirchenband zu entgehen, nach Canossa geht und vor der Burg, in der der Papst ist, wartet, um das Ganze irgendwie beizulegen. Ja. Also Investiturstreit hat man eigentlich irgendwann mal im Geschichtsunterricht, ist so eigentlich das, was jeder mal kurz hat, aber jeder verdrängt es, ich inklusive. Ja, ich hab da auch immer sehr gut auf... Mein Geschichtsjahr war nicht so cool wie du. Das war ein bisschen... nicht so... ja, einfach nicht so spannend. Mittelalterliche Burg nach allen Regeln der Kunst in Minecraft nachbauen. Wichtig dabei, sie haben dafür nur zwölf Stunden Zeit. Wer die überschreitet, schenkt dem Gegner Punkte. Zur Seite steht Ihnen und auch uns, der vermutlich einzige YouTuber, dem ein Twitch-Jakett genauso gut steht, wie ein Plattenharnisch. André aka Geschichtsfenster. Er aber sagt's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Was? Das ist ein klassisches Zitat. Goethe, Gotts von Berlichingen. Das wusste ich natürlich. Und diesen Gottfried, Gotts von Berlichingen, den gab's tatsächlich und seine Burg, Burg Hornberg am Lecker, die schauen wir uns heute an. So heißt, fragt, ich war einfach zu doof und hab die Brille vergessen. Ach so, verstehe. Ich würd grad sagen, Moment mal, warum siehst du nicht aus, wie André? Ist der einzige Grund. Ich hab schlicht, ich hab die Aufnahme, war dann fertig und war so, oh, ich hatte meine Brille nicht auf. Ja, super. Blieb dann halt so. Ist glaub ich, niemand, ja, aber haben schon alle Leute gefragt, wieso hast du keine Brille auf? Die Leute kennen mich gar nicht mal ohne Brille, ist lustig. Ich wusste irgendwas mal anders. ...unserem Wettstreit nachgebaut werden. Dabei treten gegeneinander an unser wohlbekannter Baumeister und Burgen... Oh, was steht da? Träumt inzwischen regelmäßig von Burgen. Es ist leider wahr. Es war ein bisschen, es war schwierig. Geschichte kriegt euch alle. Ihr könnt nicht entkommen. Also wenn ihr nicht eure Geschichtsfakten habt, dann steh ich morgen so vor eurer Türe. ...Bastler Klim. Sowie auf der anderen Seite sein wahrlich würdiger Wiedersatz. Rioli, Consecrator und Fotograf. Sehr gute Fotos. Sehr gut drin, Dächer schlecht zu bauen. Ja, der war, der hat mal, der hat mal richtig, war mal richtig groß auf YouTube in seinem Kanal, oder? Rioli, ja, damals schon. Das ist auch schon, weiß ich, zehn Jahre her oder so. Ja, ich meine, mittlerweile macht der mehr Technik, aber der hatte mal einen richtig, richtig großen Kanal und war mal richtig... Der hatte mal für die damalige Zeit einen sehr großen Gaming-Kanal, das stimmt, und mittlerweile macht er kaum noch was. Er streamt noch ab und zu, aber ja, er hat halt sein Hobby zum Beruf gemacht. Er macht halt Filme. Außerdem kann er sein Gesicht... Videostruktionen. Er kann sein Gesicht resetten. Das, was wir nämlich genau hier sehen, wenn er gerade nichts anderes tut. Er hat ganz viel Mimik, also nicht irgendwie eingeschränkt, und dann steht er so da und plötzlich sein Gesicht so im Nullpunkt und ich denke, okay, jetzt ist er abgestürzt. Ja, der hatte auch mal, also ich kenne Reul schon ultralange, wir waren dann mal in Tokio zusammen und dann haben wir das eine oder andere Glas Milch getrunken. Der feine Herr war in Tokio. Ja, ja, ein, zweimal. Und dann saß er da im Hostel und uns hebt so die Hand vor sein Gesicht und macht den hier so und sagt dann, Klüm, ich habe irgendwie nur noch 17 FPS. Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern, wirklich. Das ist so ein legendäres Zitat. Den Zustand kenne ich irgendwie. Ja, das ist großartig. Aber sehr cool. Und damit die beiden ein Bild von der Burg machen konnten, war ich mit ihnen vor Ort. Es war aber auch eine schöne Burg. Ja. Und im Schnee nochmal besonders. Burg Hornberg liegt bei Neckarzimmern im Neckar-Odenwald-Kreis. im Steilhang über dem Fluss und den Weinbergen. Die Burg, wie wir sie heute sehen, ist aus ehemals zwei... Was steht da? Erste Erwähnung 1184. Weitestgehend erhalten. Das Götz. Das war der Typ mit der Hand, ne? Ja, genau. Ja, okay. Guck mal, das ist schon richtig gelernt, doch. ...drei Burgen zusammengewachsen. Noch heute unterteilt man sie in die obere und die untere Burg Hornberg. Kleiner Funfact. Ich musste hinter Dustin gehen, also hinter Rihol gehen, weil er einen großen Markennamen auf seiner Jacke hatte. Und zwar auf dem Hintern. Also direkt über dem Po. Ja, man hat es eben kurz gesehen, oder? Vielleicht kann ich die obere und die untere Burg Hornberg. Da, da, da sieht man es. Ja, ja. Und weil wir im Öffentlich-Rechtlichen natürlich keine Marken zeigen dürfen, musste er immer so gehen. Ja, das stimmt. Und man hat so gut es geht versucht, es zu verdecken. Die Burg ist ganz spannend, denn sie hat einen sehr berühmten Besitzer gehabt, Götz von Berlichingen. Das ist ja kurz nach dem Mittelalter, aber der wollte schon als jünger Mann Ritter werden. War gar nicht mehr so üblich in seiner Zeit, aber es war so sein Traum. Und als Jugendlicher hat er sich in diese Burg verliebt und später hat er sie erworben. Der ist in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Der war Reichsritter. Er hat nicht einem Fürsten unterstanden, er hat direkt einem Kaiser unterstanden. Er war das, was wir heute einen Raubritter nennen. Also er hat wirklich Leute entführt und gegen Lösegeld freigelassen. Er hat sich in Fäden eingemischt und solche Sachen und ganz berühmt seine Hand. Das sah gerade so aus, als würde sich dein, aber da kann ich den Ticken zurückspulen. Hier, das sieht so aus, als würde sich dein Katzenpin so in so einem Busch verstecken. Rocco hat einfach einen dichten Bart, so einen richtig Vollbart. Rocco ist jetzt irgendwie bei der Guerilla und hat sich einen ordentlichen Bart wachsen lassen dafür. Ja, ja, ja. Jetzt brauche ich auf einmal jetzt, weil sie es einen Guerilla-Rocco-Pin brauche. Verdammt. Das ist nicht Rocco, das ist jetzt Rambo. Ja, genau. Der hat keinen Bart, ne? Aber ich glaube, Leute, die Fürthung gegen Lösegeld freigelassen, hat sich in Fäden eingemischt und solche Sachen und ganz berühmt seine Hand. Ah, also kein Handschuh, sondern tatsächlich eine Pothese oder was? Genau. Da wurde 1504 bei einer Belagerung die Hand weggeschossen. Es wurde wohl sein Schwertgriff getroffen und die Splitter haben ihm die Hand abgetrennt und er hat sich eine Prothese machen. Das gibt sogar zwei erhaltene Prothesen, die er getragen hat. Das ist wirklich so eine mechanische Hand, die er arretieren konnte und die hat er ganz, ganz lange getragen. Und hier, Burg Hornberg, war eben sein Sitz. Er hat sie massiv umgebaut. Das werden wir nachher noch sehen. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, die Burg. Und hoch. Ich bin ja ein großer Fan von den Drohnenaufnahmen. Bitte? Ich bin ja ein großer Fan von den Drohnenaufnahmen. Ja, voll. Aber der Julius, der kann auch mit der Drohne umgehen wie kein Zuhörer. Also der Kamera, mit dem wir da sind, der hat zwei Drohnen. So eine kleine, schnelle Drohne, die er mit so VR-Brille benutzt und dann eine große Drohne. Und wie gesagt, alles, was ihr gerade seht, ist halt Material, das wir da direkt aufgenommen haben. Es ist also nicht irgendwie Archivmaterial, sondern es ist schon, die machen da richtig Aufwand. Ja, ziemlich, ziemlich cool. Auf Genauigkeit. Hier so einen Bauplan zu finden, wäre natürlich super. Den kann ich dann wieder benutzen, dann ist alles alles... Oh, ich weiß noch genau, was das für eine Folge war. Mit dem Regen. Es wird wild. Akkurat. Ich mag es, wenn es geordnet ist. Ich mag es, wenn es messbar ist. Dann werde ich versuchen, das wirklich so akkurat wie möglich zu machen und dann auch auf die Details achten. Klimm legt, glaube ich, die Messlatte schon ziemlich weit nach oben. Ich versuche, mich da auf jeden Fall dran zu bahnen. Das hier ist der Palace. Dieser Bau, den hat Götz von Berlich ihn bauen lassen. Zu der Zeit waren eigentlich... Kleiner Funfact. In diesem Palace standen ungefähr zwölf Millionen Bänke. Und dann wurde gesagt, ah ja, wir wollen hier einen kurzen Shot machen. Können wir alle Bänke rübertragen? Und die waren schwer. Oder da war wirklich der kompletten Raum und danach wieder alles zurückgetrennt. Zweimal, genau. Wir haben es alles zurückgebracht. Also damit es so leer ist, haben wir ganz viele Bänke geschleppt. War wirklich wild. Und man hat ja gesehen, das ist alles Schnee. Als wir gekommen sind, hatten wir geschlossene Schneedecke und alle Fußabdrücke, die ihr sehen werdet, das waren alles wir. Und wir haben es geschafft, diese ganze Burg innerhalb von einem Tag ins Schneeschlamm, in wirklich einen Matsch zu verwandeln. Also meine Schuhe waren durch, alle Schuhe waren durch. Ja, ja. Es ist gar keine großen Säle mehr üblich, aber auch da, Ritterromantik, er wollte einen schönen, großen Rittersaal. Und dieser Rittersaal, den haben wir auch auf früheren Burgen. Im Hochmittelalter ist der ganz, ganz wichtig. Das ist ein Multifunktionsraum. Das war Gerichtsraum, das war Speisesaal, das war Feierhalle, das war oft Schlafraum. Also im Hochmittelalter haben wir hier auch geschlafen. Und man hat es immer rein und rausgeräumt, wie man es gerade braucht und umgebaut. Woher hat er eigentlich das ganze Geld? Also die Halle, das Schloss erst mal kaufen, dann angebaut, irgendwo muss er der haben? Er war Kriegsunternehmer. Er hat alles möglich gemacht. Er ist als Feldherr unterwegs gewesen, er hat einen im Bauernkrieg einen Bauernhaufen befehligt. Er war ein richtig erfolgreicher Unternehmer und hat da das Geld zusammenbekommen. Du erzählt hast, als Jugendlicher ist er hier hingekommen und hat dir gesehen und irgendwann hat er das Geld dafür. Also es war schon ordentlich viel Geld. 6.500 Gulden. 6.500 Gulden? Ja. Hat es gekostet? Hat er dafür bezahlt, exakt. Und bei der zweiten Rate, die er zahlen soll, 2.500 Gulden, weil mit dem, dem er das abgekauft hat, Konrad Schott von Schottenstein, war der, also als er gekauft hat, war er noch gut Freund und als er die zweite Rate bezahlen musste, war er schon in der Fede mit ihm und er wäre beinahe gefangen genommen worden, als er das Geld übergeben hat. Ah, also war er in der Fede und hat trotzdem noch das Geld übergeben. Ja, klar. Das sind ja zwei unabhängige Dinge. Ritter in der Zeit. Das ist ja wirklich lobt. Wie viel wäre das inflationsmäßig? das ist ganz schwer zu sagen. Also die Dürres haben zu der Zeit ungefähr für ihr Stadthaus in Nürnberg 600 Gulden bezahlt und wenn du mal sagst, so ein Stadthaus anderthalb Millionen, also ein großes, steinernes Stadthaus, heute anderthalb Millionen grob, dann könntest du sagen, die Burg ist um die 15 Millionen, aber du kannst es nie eindeutig machen, weil die Werte, also Nahrungsmittel Gebäude und so weiter. Aber ich würde mal sagen, so 15 Millionen wäre ein guter Tipp. Hier aus meinem Chat sagt man mindestens 4 Euro. Das stimmt wahrscheinlich auch. Ja, mindestens 4 Euro. Wahrscheinlich mehr. Ja. Ein bisschen. Lädt uns hoffentlich auf seine Burg ein. Ja, finde ich gut. Wir haben so viele Burgen geguckt, ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, wie geil es wäre, auf so einer modernisierten Burg zu wohnen. Das wäre echt cool. Boah, ich weiß nicht. Also, wenn du deine Spielefirma nach großem Erfolg für mehrere Milliarden an Microsoft verkaufst, dann baust du dir eine Burg, ja. Besser als ein Haus in Los Angeles. Dann lade ich dich ein. Cool. Eine Gaming-Tafel. Ritter der Gaming-Tafel-Runde. Im Mittelalter ist es mehr oder minder so, du als freier Mann darfst du dein Recht selbst in die Hand nehmen. Du kannst natürlich vor ein Gericht gehen und die verurteilen deinen Gegner, aber das nützt dir nichts, weil es gibt keine Polizei, die es durchsetzt. Schön mit dem Schott gerade. Wenn ich dir einen Fehlbrief überbringe oder überbringen lasse und sage, ich habe jetzt Fehl mit dir, dann darf ich rechtlich, ist es erlaubt, deine Leute zu töten, deine Tiere wegzutreiben, Häuser anzuzünden, das darf ich als Retardes. Das wird gleichzeitig so barbarisch, aber auch irgendwie geregelt, weil ich habe dir ja den Brief übergeben und jetzt bringe ich dich halt um. Richtig ist der Gedanke und es wird immer mehr geregelt und am Ende wird es verboten. 1495 verbietet man die Feder und Götz lebt danach. Also er macht etwas, was Ritter immer getan haben. Aber es ist bereits illegal. Und ein Mittel, um ihn daran zu hindern, ist die Reichsacht. Das war ursprünglich so etwas wie bei Robin Hood. Echtung, du bist jetzt vogelfrei und in der Zeit ist es halt wirklich so, du musst auf deiner Burg bleiben. Außer halt bist du in Gefahr, weil dich zu erschlagen ist nicht mehr strafbar. Das heißt, er plattiert, 1512 wird er vom Kaiser unter Reichsacht gestellt, später nochmal 10 Jahre, hier unter Reichsacht gestellt. Also er hat ja immer wieder Probleme und in der Zeit darf er diese Burg nicht verlassen. Er hat sich schlecht benommen auf dein Zimmer sozusagen. Ja, ich wollte gerade sagen, wie früher, wenn die Mama sagt Hausarrest. Aber 10 Jahre habe ich ja auch noch nicht bekommen. Es gibt eine Sache, die ich mal gemacht habe. Kannst du mal ganz gut anhalten? Eben diese schnellen Bilder, das waren wieder Thronenbilder und die ist er da mit Vollkarrache durchgeflogen. Das war beeindruckend. Ja. Es hat immer Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, wenn er da durchgezwirbelt ist. Korrekt. Na ja, guck mal, man kann hinten immer auf diese Fenster achten. Die habe ich versucht, eins zu eins nachzubauen später. Da habe ich Haargel in den... Bei mir ist gerade die Frage, aber war auf seiner Burg wegen Sicherheit oder weil er wirklich nicht weggehen durfte? Ja, mehrere Sachen. Zum einen Reichsacht, er ist auf seiner Burg natürlich sicherer als anderswo. und er hat dann die Urfäde geschworen in Augsburg, meine ich, und da hat zu den Bedingungen gehört, dass er nie wieder ein Pferd reiten darf und nie wieder, also keine Nacht außerhalb seiner Burg verbringen durfte. Also das war so eine... Es war beides. Es war die Sicherheit, es war sehr Reichsacht und es war eine Zusage, die er an den Schwäbischen Städtebund machen musste. Ach krass, ja. Ich habe den CD-Player gepackt, weil die CD ist immer gestockt und ich dachte, damit läuft das vielleicht ein bisschen flüssiger wie so ein Schmiermittel und ich glaube, da habe ich ganz schön Ärger bekommen. Ich habe kein Hausres bekommen damals. Ich habe raus... Da! Es hat komplett geregnet. Auf meine Schulter ist gerade ein Tropfen gekommen. Ausgehend verdannert bekommen. Ich saß vorm Rechtshandsab BOW gespielt und meine Mutter sagte dann, es reicht's. Also jetzt geht's... Wurde von seiner Mutter bei Baudiburg angemeldet. Was soll denn dieser Mutterspruch hier? Ich gehe mittlerweile gerne raus. Ich war letztens wandern. Da war ich mal raus. Wir machen... Wir haben die letzten Drehs immer Spaziergänge gemacht. Wir sind kilometerweit durch Meersburg gelaufen. Ja, das war schön. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich wurde nicht von meiner Mutter, aber Baudiburg angemeldet. Eine Burg dieser Größe hat auch eine Kapelle. Die ist wundervoll erhalten. Wirklich schickes Ding. Und zu so einer Kapelle gehört ein Kaplan. Also ein Priester, der hier auf der Burg auch lebt, das Ganze seelsorgerisch betreut, aber der hat noch mehr Funktionen. Der ist auch im Prinzip der Privatsekretär des Burgherrn. Der ist für die Ausbildung der Kinder verantwortlich. Also der Hauslehrer. Der ist Beichtvater der gesamten Bewohnerschaft. Also er ist eine ganz wichtige Person, die oft auch mit der Karriere seines Herrn mitgeht. Also wenn der aufsteigt, dann steigt auch der Priester mit auf. Und Religion war natürlich wahnsinnig wichtig. Sowohl im Mittelalter als auch in der frühen Neuzeit. Und in der frühen Neuzeit wird es noch mal wichtiger, in der wir sind im Zeitalter der Reformation. Also es ist eine Frage, bist du katholisch oder bist du evangelisch? Und Götz von Berlichen zum Beispiel nimmt die neue Konfession an. Er wird Protestant. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Denn hier in der Region hast du dann so einen Flickenteppich-Katholiken-Protestanten. Der Kaiser ist katholisch. Viele Landesherren werden evangelisch. Lieber Hontes, was soll das denn mit dem Emot jetzt? Also mit dem Command? Hast du da irgendwo deine Finger im Spiel, André? Nein. Siehst du das? Siehst du das? Ich habe deinen Chat offen, ja. Ach so. Was ist da los? Was ist das? Hontes? Was ist los? Ja, wir müssen Hontes einfach mal ein bisschen am Nacken und erziehen. Offensichtlich. Das ist ja dreist. Es gibt jetzt einen Command, der heißt Auswärtige Anmeldung bei Geschichten und dann steht da, Klimt wurde von seiner Mutter bei Baudiburg angemeldet. Ich finde das krass. Das gibt eine Anzeige. Kommt nicht von mir, kommt von Hontes. Und es braucht dringende Gehaltserhöhung. Vorprogrammiert. Die Vorburg ist der Wirtschaftsbereich. Alles, was benötigt wird, um den Ländereien zu bewirtschaften, alles, was an Werkstätten benötigt wird, auch ein paar Wohnhäuser, der untere Stall. Hontes, ich erkläre dir eine Fede. Und hier in der Region hat man natürlich Weinanbau und das war auch hier der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Der ganze Trieb, den du hast, auch Schmieden, kleine Werkstätten, Wohnhäuser, das ist die Aufgabe der Vorburg, das hast du an ganz vielen Burgen. Das sieht so geil aus, das Bild, ne? Wenn man da unten stand, hochguckt hat, das sieht so cool aus. Das ist wirklich schön. Denn alles, sag ich mal, in-house? Im Prinzip ja. Diese ganzen Wege hier hoch, diese Höhenunterschiede, machen es immer sehr schwer, das zu bauen. Es ist viel. Also, als ich heute Morgen das erste Mal hier den Fuß hingesetzt habe, habe ich mir echt gedacht, boah, wie soll ich das alles mir a. merken, b. bauen in quasi knapper Zeit. Das ist echt viel zu entdecken tatsächlich. Ich denke, ich habe eine gute Chance dieses Mal. Die Burg ist anspruchsvoll, aber nicht zu groß. Aber ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt. Wir werden es sehen. Ihr kennt eure Aufgabe, ihr sollt die Burg nachbauen, damit es nicht zu einfach wird. Es hat ja leicht unterfordert sonst. Gibt es eine Challenge für euch. Perfekt. Die Zeiten großer Feiern im Palast sind längst vorbei. Aber könnt ihr das lebendige Treiben noch spüren? Ich möchte, dass ihr den Palast innerhalb der Kernburg mit in eurem Bild berücksichtigt. Wie hat dieser Innenraum damals wohl ausgesehen? Und denkt dran, eure Bauten werden von unserer Jury auf historische Korrektheit, Kreativität sowie Design auf Stein und Balken geprüft. Viel Erfolg. Rangeklotzt. Im wahrsten Sinne, weil wir haben ja Klötze, mit denen wir bauen. Okay, finde ich gut. Im Prinzip habe ich das so gemacht, dass ich mir erst mal den Grundriss genommen habe, den auf den Boden gemalt habe. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe abgesteckt. Diese Kette. Ja, das ist die Ordenskette vom Schwanenorden, der Hausorden der Burggrafen von Nürnberg und später der Markgrafen von Brandenburg wird nochmal vorkommen. Aber das ist eine ziemlich großartige Kette. Und ich fand es so lustig, also ich habe ja zu den Aufnahmen, ich glaube ungefähr ab dem Doppelfolgen habe ich so Ausrüstung von mir mitgebracht und ihr hattet echt Spaß damit, oder? Ja, das war super. Ich mag Spielzeug. Ja. So einfach wie trocken. Ich habe auch die Kette einfach. Wie groß meine Umgebung ist. Genau, mein Humor. Und da habe ich nämlich auch diesen Weinberg inkludiert und deswegen das ein bisschen größer gemacht in einiger Richtung. Alles wie immer, nur mit mehr Wein. Ich habe, soweit ich das jetzt erstmal machen konnte, den Grundriss der Burg. Ich bin aber, muss ich sagen, ein bisschen K.O. Ich dachte, das, was ich jetzt hier habe, das kriegst du easy in einer Stunde oder so hin. Nee. Jeden einzelnen Block auf meiner Burg und in der Welt habe ich selbst gesetzt. Und das hat super viel Zeit gefressen. Vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen, als ich gesagt habe, ich möchte die Weinreben noch machen. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so langsam rennt mir die Zeit weg. Oh, die Weinreben habe ich gesehen. Im Twitch-Stream. Im was? Auf Twitch-ARD-Kanal gibt es ja einen Stream. Da haben wir die Burg dann nochmal ganz genau ins Auge gefasst. Also da seht ihr diesen ganzen Bild von Klim nochmal viel, viel genauer. Das haben wir, glaube ich, 20 Minuten in der Burg und da hat man die Weinberge wunderbar gesehen. Da haben wir drüber geredet. Nice. Muss ich auch mal reinschauen eigentlich. Ja. Alleine über eine Stunde nur mit Schnee verbracht. Ich habe super viel Schnee platziert. Ich bin zu allen Bäumen selber hingeflogen. Ich habe jeden Schnee auf dem Boden platziert. Eis und Schnee habe ich komplett aufgenommen mit sehr viel Trauer. Ansonsten habe ich tatsächlich geguckt, dass man auch so die Wege erkennt und habe den Schnee händisch dann, wenn wir so einen Weg nach oben hatten, habe ich den links und rechts ein bisschen höher gemacht und in der Mitte so ein bisschen weniger. Dass man so ein bisschen so eine Coole hat, als wäre da wirklich, wäre man da durchgelaufen. Ich glaube, die Challenge war für mich das Einfachste. Also wirklich der Kreativität einfach mal freien Lauf lassen. Das war super. Einfach da in diesen leeren, kalten Raum reinzugehen und da so ein bisschen Leben einzuhauchen, das war auf jeden Fall ganz cool. Das hat mir sehr gefallen, weil man machen konnte, was man will, sozusagen. Also ich hatte da einen Raum und hatte keine Vorlage. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Hab dann viel dekoriert, hab sogar so einen Bärenfeldteppich auf den Boden gelegt. Das ist ganz, ganz schön geworden, finde ich. Was war denn deine Lieblings-Challenge bisher? Bisher von den ersten vier Folgen? Mhm. Boah, das ist eine gute Frage. Die von Rösheim war cool. Der Springbrunnen war cool. Und besser als die von Maxburg. Das mit den Kanonen. Aber ich glaube, meine Lieblings-Challenge war auch nicht diese hier, sondern die von Bochon-Twil. Weil ich da diesen Kerker gemacht hab und dann später in einen der Kerkern einen Skelettkopf hingepackt hab. Dann ein Schild draußen an der Tür, wo drauf stand Merle-Perle. Das fand ich sehr witzig. Fedepriev von Merle ist raus. Merle fand es aber auch witzig. Ja, Merle ist eh. Hier mit dem Kamin, wo man auch die Ruine vom Kamin erkennen konnte. Dann haben wir hier die Tafelrunde, wo die Ritter dann saßen. Hier saß dann der Chef. All in all, muss ich auch wirklich sagen, ich bin einfach glücklich mit dieser Burg. Ich finde, das ist alles cool geworden. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben Ich habe sehr viele Details eingebaut Fun Fact Hinter dem Stuhl ist ein Logo Von einem Partner von mir Und ich habe vor jeder Aufnahme Den Stuhl so gedreht, dass man das Logo Nicht mehr sieht Weil das ja halt, ne, SWR und so Ja, ja Ich habe wirklich versucht in der Zeit, die ich hatte So viele Details Fun Fact Nummer 2 Ich habe zweimal Aufnahmen gemacht Ohne meine Mikrofonspur Ihr seht es auch hier schon Die Treppe nach oben Hier diesen toten Baum, der auch im Original da steht Hier haben wir so ein Fenster, hier kann man leider nicht rein Aber hier kann man rein Hier stand ich dann im Regen und musste so eine Anmoderation machen Während die da schön im drinnen Im Warmen standen Genau so habe ich es tatsächlich auch in Erinnerung Also wenn man in die Kapelle reingeht Hier, da standen wir Oder hier dieser kleine Garten Dann gab es hier so einen Torbogen Das ist Meine Burg Hornberg Ich bin gerade so mit der Zeit ausgekommen Und bin gespannt, was Riol gebaut hat Also ich bin sehr froh Ja, das geschafft zu haben tatsächlich Aber reicht auch, glaube ich Ganz kurz Waren wir bei Burg Rheinstein oder Rheinfeld? Rheinstein Es gibt beides Es gibt Rhein, Fels und Rheinstein Wir waren Rheinstein Müsste als nächste Folge eigentlich Genau, müsste die nächste Folge sein, ganz genau Und damit sind die beiden Builds vollendet Aber welcher wird unserer eisenharten Jury standhalten? Heute als Juroren dabei Cast Crafter Und Carsten Crafter Content Creator Hat sogar den eigenen PC in Minecraft nachgebaut Hat er wirklich Echt? Ja, richtig cool Das war ein Placement auch Und der hat ihn richtig geil gebaut Krass Oder war das Debit schon? Nee, das war Cast, oder? Ich meine, das war Cast Auf jeden Fall hat Cast Crafter auch einen riesengroßen Kanal Unfassbar Ja, das stimmt Und dann Medieval Den kann ich gar nicht Ja, den kenne ich dafür Das ist so, als ich angefangen habe Auf Twitch Das war, glaube ich, der erste andere Content Creator Den ich überhaupt kennengelernt habe Und der ist halt Promovierter Historiker Und Experte für Templer und so Also der ist richtig Hat Ahnung Und hängst du deine Build-Bilds auch auf? Fun fact Ich habe keine Build-Bilds mitbekommen Wir brauchen die Bilderrahmen noch Ja Naja, okay, machen wir weiter Und selbstverständlich André Der Mann, den wir alle gerne als Geschichtslehrer gehabt hätten Wie üblich können alle drei pro Kandidat Bis zu fünf Smaragde vergeben Die mögliche Maximalpunktzahl sind also Fünfzehn Smaragde Obendrauf wird die Jury weitere drei für die beste Sidequest verteilen Wer am Ende mehr Smaragde in der Waagschale hat Heißt, achtzehn Smaragde sind die absolute Top-Punktzahl Ja, hättest du gerne, hä? Davon träumst du Die, die, also ich träume noch von jeder Nacht auch Ich habe heute noch davon geträumt, ja Diese Episode von Bau die Burg Wir haben die Burgen gesehen Können zur Bewertung schreiten? Willst du anfangen? Ja, Reole Ich war tatsächlich sehr begeistert von deiner Burg Ich fand es sehr cool Du hast so eine bisschen düstere, graue Blockpalette gewählt Deswegen hast du dich dafür entschieden Also ich wollte es gerne ein bisschen düster Stimmt, wenn der Gegner überzieht, kann man noch mehr Punkte haben Das ist richtig Stimmt, inzwischen schon, inzwischen schon, genau Weil die haben ja die Regel geändert Es ist ein bisschen verwirrend, weil die erste Folge, die ihr gesehen habt, ist eigentlich die zweite Folge Und in unserer ersten Folge gab es noch eine etwas andere Regelung bei den Steinen Inzwischen sind sie relativ hart Für jede überzogene Stunde kriegt der Gegner zwei Steine Was richtig krasses Ja, aber auch zu Recht, weil in einer Stunde kann man halt eine ganze Burg rumreißen Weil du hast ja zu Recht gesagt, ein Stein ist zu wenig Ist es auch Voll zu wenig Weil ich kann einfach, ich hatte gar nicht die Zeit dazu, mehr Zeit in die Burg zu investieren Weil ich ja immer zwei bauen musste Das heißt, ich hatte ja schon nicht nur zwölf Stunden reine Bauzeit Sondern 24 in diesen beiden Wochen Plus für jede Burg geht natürlich Stunden an Recherche noch drauf Also statt irgendwie in einer Burg 20 Stunden zu versenken Habe ich in diesen zwei Wochen 40 Stunden für beide versenkt Und ja, da haben die anderen natürlich einen Vorteil Wenn sie relativ günstig, in Smaragden gesprochen, natürlich mehr Zeit investieren können Ja Deswegen habe ich mich für Cobblestone, Mossy Cobblestone mit ein bisschen Moos dran Und dem anderen Stein entschieden Und fand das dann eigentlich beim ersten Mal umwandeln, als ich es dann gesehen habe, wirklich sehr passend Okay, ich fand auch ein paar Details von dir super cool Du hast super viel mit Schnee gebaut Und auch sehr viele einzelne Layer von Schnee Was wahrscheinlich sehr lange gedauert hat, kann ich mir vorstellen Ja, ich habe alles tatsächlich per Hand gebaut Ich wusste nicht, dass es da auch Tipps und Tricks gibt Wie man das schneller vielleicht machen könnte Aber so hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht Da auch sich so ein bisschen auszutoben Und diesen Weg von plattgetretenem Schnee irgendwie so ein bisschen zu modellieren Erkennt man aber ganz super Jetzt flex mal Zwei Stunden auf der Uhr übrig Wie hast du es gemacht? Wie hast du dein Schnee gemacht? Ich habe, weiß nicht, eine halbe Stunde rumgesucht nach einem Command Und habe dafür etwas gelernt, was ich auf alle anderen Bogen übertragen habe Es gibt einen Command, da kannst du, also in Worlded kannst du Blöcke einfach hinsetzen Und es gibt eine Maske, mit der du spezifizieren kannst, was genau ausgetauscht werden soll So kannst du zum Beispiel sagen, hey, nimm alle Goldblöcke und mach daraus eine Mischung aus Cobblestone und moosbewachstem Cobblestone So, fertig Aber es gibt wohl auch noch einen Bedecken-Command Ja, der funktioniert auch in gewisser Maße Mit Schnee funktioniert es nicht so gut, aus mehreren Gründen Ähm, und ich habe einen Command gemacht, der Also ich habe rausgefunden, dass es in Worldedit auch diese, ähm Eckige Klammer auf und Eckige Klammer zu gibt Ähm, also diese, diese kleiner, größer als Und wenn du da reinschreibst hier, ersetze Luft Wenn da drüber ein weiterer Luftblock ist mit Schnee Hat dann dafür gesorgt, dass halt dieses erste Layer mit Schnee gegangen ist Das war ultra wichtig bei den Bäumen, weil dieser Cover-Command oder dieser Snow-Command oder so Die funktionieren nicht bei Blättern Weil Blätter keine ganze Blöcke sind für Meinenschaft Pi-Ba-Po Und dann habe ich halt einen Command gebaut, der gesagt hat, hey, wenn das ein Luftblock ist Und da drunter ein Blattblock ist, dann packt da Schnee hin Und das hat mir unfassbar viel Zeit gespart am Ende Krass Ich hatte es, wieso hast du den nicht genutzt? Also manchmal ist auch zu viel des Guten Ich war mit zwei Stunden Zeit Das stimmt nicht, ähm, das hat Riol in der Folge gesagt Ich weiß nicht, ich glaube, er wollte halt nicht sagen, wie es wirklich war Aber er konnte halt auch nicht weiterarbeiten Er hatte richtig viele Aufträge und hat bis zum Wochenende durchgearbeitet Und er hatte da basically auch keine Real-Life-Zeit mehr über Also es war nicht so, als hätte er sich gesagt Oh, ganz chillig, ich will jetzt nicht mehr weitermachen Sondern es ging einfach nicht mehr Das ist ja ganz oft so auch die Diskussion, warum nur zwölf Stunden? Aber jeder Einzelne, der da mitmacht, jeder macht halt irgendwie Content nebenher Macht das, was ich halt auch mache Und jeder Einzelne von denen ist überarbeitet Also seit ich das mache, immer die Leute, ja, Content Creator, so ein bisschen Nee, jeder von denen schiebt Zeit ohne Ende und zwölf Stunden erstmal rausholen Also ich weiß, wie sehr mir die Drehtage jetzt im März reingehauen haben Wie viel Zeit ich da verloren habe Und mehr als zwölf Stunden ist völlig illusorisch Würde keiner von denen hinkriegen Ja, das ist ja mit dem Arbeitspensum, das man so hat Ist das schwierig Das ist halt, ich glaube, das ist das selbstständige Ding Also ich glaube, ein selbstständiger Handwerker Oder sonst was in der Richtung Hätte genau dasselbe Problem Weil du arbeitest schon selbst und ständig Und dann zu sagen, hey, schieb mal plötzlich Zwölf Stunden reine Bauzeit 20 Stunden mit Überlegungen, pipapo Schieb mal 20 Stunden in deinen normalen Arbeitsbereich mit ein Ohne dein Privatleben komplett an die Wand zu fahren Ist nicht ohne, leider Zeit noch übrig, ziemlich am Ende Ich fand, meine Burg war sehr schön Und habe mir gedacht, bevor ich jetzt noch irgendwie was dazu dichte Was das Ganze vielleicht aus dem historischen Kontext reißt Höre ich lieber auf, wenn es am meisten Spaß macht Auch aus historischer Perspektive, muss ich sagen Hat mir dein Bild wirklich gut gefallen Einige Details, die da ganz positiv waren Ist zum Beispiel die Zwingeranlage Oder die Zwingeranlagen vielmehr Die du schön rekonstruiert hast Und die ja ein Kernelement auch gerade dieser Burganlage sind Allerdings habe ich einen persönlich ganz großen Wermutstropfen Was hast du dir bei diesem Bergfried gedacht? Warum? Also der Bergfried ist ein markantes Zeichen dieser Burg Ein zentrales Merkmal, das massiv, trotzig in dieser Anlage stehen muss Und der ist echt super dünn geworden Der ist irgendwie schwach wirkt, der klein, mickrig Und das soll er genau nicht sein, finde ich Und das ist wirklich ein Teil, wo ich sage, naja Das hätte man wirklich anders drehen müssen Gut, da habe ich vielleicht Es kommt nicht auf die Größe, es kommt auf die Technik an Ich habe wirklich zu wenig Zeit investiert Hätte ich vielleicht noch mehr machen können Was mir sehr gut gefallen hat, ist das hintere Tor Das hast du wunderbar gelöst, das sieht man genau Ist ja ein ganz markanter Teil dieser Burg Mir hat deine Schneestimmung sehr, sehr gut gefallen Es sind immer wieder Pflanzen durchgekommen und so Ich meine, wir hatten ja massiv Schnee da Und deswegen, ich habe das wiedererkannt, was du da gebaut hast Rund um Schönerburg mit ein paar Abzügen Wie gesagt, Bergfried, da fehlt einfach was Aber ansonsten, sehr, sehr gut Dankeschön Klim Haben sie rausgeschnitten, weil der Bergfried von Rione ist ja Der ist ja quasi rund Ja Und nicht eckig Also das haben wir auch drüber geredet Haben sie rausgeschnitten irgendwie Ja, der ist halbrund Also der ist vorne eckig und hinten ist der rund Was mir erst aufgefallen ist, nachdem du es gesagt hast Dass der hinten rund ist Ich wurde dafür kritisiert Ich weiß, ich weiß Nee, der sieht so aus, was soll ich Ich glaube, ich habe dich kritisiert Ach, peinlich Ja, und ich glaube, Mid-Evil hat mich kritisiert Weil ich, ich weiß, vielleicht kommt es gleich Und es gab wieder ein paar Sachen, die ich sehr besonders fand Du hast eine komplett andere Blockpalette gewählt Als Riode zum Beispiel Du hast dich für sehr helle Sachen entschieden Auch Holz mit eingebaut Ich fand auch dein Schnee sehr, sehr cool Wie so Verwehungen an der Seite, die wirklich in die Mauern reingegangen sind Super viele Details in der Burg Überall Die habe ich teilweise auch gehandelt Die Sachen, die ihr bei der Besichtigung selber gesehen habt Die damit eingeflossen sind Fand ich overall sehr, sehr nice Vielen Dank Du hast ein ganz, ganz tolles Gefühl für das Arrangement der Gebäude Ist mein Eindruck Und für die, für die Gesamtwirkung, die diese Gebäude dann im, ja, als Burg entfalten müssen Das wirkt echt total rund Aber du hast dieses Ding, du baust einfach echt hohe Häuser Also die Wände deiner Häuser oder die Wände der Mauern Die sind echt deutlich zu hoch Für meinen Geschmack Und das Ich hätte da jetzt ultra gerne das Vergleichsbild noch mitgesehen Weil ich glaube nach wie vor, dass es nicht krass zu hoch ist Aber vielleicht irre ich mich komplett Muss auch gar nicht krass sein Aber der Eindruck ist halt da Über Höhe haben wir ja schon häufiger gesprochen Ich finde einfach, der Eindruck ist dann ein etwas anderer Aber du hast ja noch vier Folgen Du kannst ja noch besser werden Das stimmt Ich könnte theoretisch noch besser werden Ich finde ich echt ganz tollen Wirkung meiner Auffassung nach weg Das wäre so mein einziger, mein einziges Manko Ich glaube mein größtes Problem da war, dass ich die Ich habe mein Smartphone mitgehabt Ich habe immer so Fotos gemacht Und dann sieht das natürlich immer auf dem Bild höher aus Und daran habe ich mich orientiert Aber vielleicht nicht so eine gute Idee Ganz großartige Burg Also wirklich der Charakter gut getroffen Bei dir stimmt der Bergfried Das gibt dem ja eine ganz großartige Optik Und wir haben auch geguckt Wenn wir so die Bilder, die Fotos anschauen Deine Türme haben die richtigen Proportionen Also bei dir kann man wirklich in den Bild reingehen Und War das der Tag, an dem du so krank warst? Also liebe Leute Ihr hört schon an der Stimme Ich war richtig, richtig krank Ich war eigentlich betlegerig Ich habe mich nach dem Dreh ins Hotelzimmer gesetzt Und habe einmal durchgeschüttelt, frostet Habe mich dann mit Medikamenten irgendwie gepimpt Und nachdem ich von dem Dreh nach Hause gefahren bin Habe ich mich wirklich drei Tage aufs Sofa gelegt Und habe nichts mehr machen können Drei Jahre, genau Drei Jahre Sofa, schön wäre es Aber man merkt so ein bisschen Also zwischen den Aufnahmen Sitze ich mit Maske da Weil alle um mich herum arbeiten mit ihrer Stimme Das wäre doof gewesen Und ich war echt, ich war echt fertig Das war richtig übel Das stimmt, du hast auch nicht gut ausgesehen Die Ansichten mit den Fotos vergleichen Das ist wirklich gut gelungen Dein hinteres Tor gefällt mir nicht Das hast du schräg gebaut Das nimmt natürlich ganz viel Wirken Dadurch konntest du Dinge nicht so umsetzen Wie Reol es gemacht hat Aber ich habe das Straßenschild Das Straßenschild Ich habe es gefeiert Das ist wirklich das Das hat mir exakt Dieses Straßenschild hängt auch da Korrekt Ich habe auch das richtige Schild genommen Dafür hast du einfach zugemacht Ja, er hat nicht zugemacht Aber bei ihm ist auch ein Abgrund Ich weiß nicht, warum das bei mir kritisiert wurde Aber bei ihm nicht Doch, bei ihm auch Aber bei dir war ich so lustig Hier mache ich zu Fertig, aus Ja, es ist gesperrt Aber ansonsten Ganz fantastische Umsetzung von der Burg Götz von Berliching Hätte den Bild gemocht Kommen wir zur Bewertung Das Schild ist historisch korrekt Das ist aus dem 2023 Wenn es das Schild ist Ist es nicht korrekt Weil das mittelalterische Schild ist Der Schild Achso Entschuldigung Ich ziehe gleich mein Kettenhemd an Ich weiß, was du sonst machst Und ich habe sehr viel weniger erwartet Von deiner Burg Aber ich war tatsächlich Trotzdem sehr begeistert Ein paar Sachen haben mir gefehlt Was war das? Ich habe sehr viel weniger erwartet Von deiner Burg Karstab, der richtige Asi geworden Also wirklich Lame 3,5,5 von mir Dankeschön Klim Du hast eigentlich wieder die 5 bekommen Aber es waren ein paar Sachen Die vielleicht ein bisschen besser hätten sein können Ich fand die Blockpalette Jetzt nicht ganz so cool Ich fand Reole Das hat tatsächlich einiges besser Trotzdem fand ich die Burg wunderschön Und war sehr, sehr cool Deswegen gibt es 4 Reole Das war ein ganz toller Bild Der hat mir sehr gut gefallen Aber ich sage es, wie es ist Für diesen Bergfried Muss ich einen Punkt abziehen Das ist okay Dankeschön Klim Tolle Burg Das Gesamtarrangement Hat mir wirklich ganz gut gefallen Aber diese Gebäude Das nächste Mal Echt noch ein bisschen besser treffen Aber insgesamt Toller Bild Auch von mir 4 Punkte Ich sehe das tatsächlich ähnlich Auch bei dir, Reole Ein Punktabzug für den Bergfried Ich sage mal 4 Minus Und Klim 4 Plus Gibt auch so leichte Dinge Wie die Höhe Das hintere Tor Aber rundum Gelungener Bild Es ist spannend Weil die Challenge entscheidet Das sind die finalen Punkte Kopf an Kopf rennen Wir haben drei Steine Für die Challenge Wie fandet ihr den Ja Großen Saal Reole Vielleicht hättest du die zwei Stunden Den über hast Noch ein bisschen investieren können Und in den Saal stecken Tatsächlich fanden wir Klimmsseiler Einiges besser Da waren sehr viel mehr Details drin Da war ein bisschen was an Essen Der Kamin sah sehr viel lebendiger Und lebhafter und sowas aus Vielleicht hätte man die zwei Stunden investieren können Vielleicht auch nur eine Nur eine halbe Aber deswegen gehen die Punkte An Klimm Und damit haben wir einen Gewinner Der heutigen Folge Baumeister Klimm Herzlichen Glückwunsch Danke Hat echt Spaß gemacht Ja, ging dich nicht so Sag mal Natürlich gehst du nicht nur mit einem guten Gefühl nach Hause Wir haben da irgendwie 20 Takes geredet Und immer sagen Boah, es hat Spaß gegen dich anzutreten Ja, geht mir genauso Und ein Take Der letzte war das, glaube ich Einfach sagt Ne, sehe ich nicht So Und ich war so perplex Denke, was will der von hier Mit einem Bild Von deinem Bild Dem Bildbild Vielen, vielen Dank Eine Dankesrede bitte Das ist ein wirklich schönes Bildbild Vielen Dank Erstmal für dieses Bildbild Danke an die Jury Und danke an dich Es hat echt Spaß gemacht Gegen dich anzutreten Ich habe deine Burg ja auch gesehen Und ich fand die auch echt super Dankeschön Er wollte sagen Es hat Spaß gemacht Dich fertig zu machen Deine Burg war ja offensichtlich In der neutralen Bewertung Einfach schlechter Und wir wollen nicht Dass sowas stehen bleibt Weil es könnte jemand verwechseln Mit Klimms Burg Deswegen ist ganz klar Wir haben uns dafür entschieden Auch deine Burg mal wieder Zu sprengen Und das darfst du selber machen Bevor Riol seine Burg sprengen darf Möchte ich euch aber nochmal dran erinnern Dass wir einen Twitch-Stream haben Passend Dieser Moment Wo Sophia in die Kamera redet War so awkward Weil in der ganzen Drehgeschichte Immer gesagt wird Schau nicht in die Kamera Piepepo Und in dem Moment wusste ich nie Gucke ich jetzt auch in die Kamera Gucke ich nach unten Nach rechts Nach links Ich habe immer irgendwo hingeguckt Ja Es war eine Stresssituation Vor der Kamera ist eh komisch Also es ist schreck Selbst wenn man vor der Kamera Arbeit jeden Tag So eine Studiokamera Ist nochmal schräger Ja Das stimmt Zur Folge Schaut da gerne vorbei Wir gehen da nochmal die Burgen Wir sind da mit André unterwegs Bewerten die Burgen Vielleicht auch einfach neu Und stellen fest Boah Riolsburg wäre eigentlich Doch die bessere gewesen Dann wäre es aber zu spät Und seid auch gerne dabei Wieder bei der nächsten Folge Von Bau die Burg Zwei wöchentlich Kommen immer neue Episoden raus Und freue mich Wenn wir uns da wiedersehen Ich glaube jetzt ist aber auch Zeit Weil so lange soll die Burg Jetzt auch nicht stehen Da hast du recht Also ich finde deine Blockpalette Immer noch einfach Ist nicht so schön Aber ich gebe mich geschlagen Weg damit Das ist der schönste Teil Deine ganze Folge Und ich muss mal Ich muss mal ein bisschen Zurückspulen Da unten sieht man Achso das ist wahrscheinlich von Hä? Da hast du recht Also ich finde deine Blockpalette Also ich muss an der Stelle sagen Ich fand die Bewertung Für eine Jury nicht ganz fair Ich hätte viel mehr Punkte verdient Das ist eine andere Geschichte Immer Wo wenn das denn jetzt Meine Blockpalette kritisiert Ich habe ja viel mehr Ist doch egal Palette Will ich Wenn Riols hätte Ist das nicht auch Aber das ist einfach Deswegen wollte ich ja nicht stoppen Aber ich gebe mich geschlagen Weg damit Ich wollte stoppen Weil man an einer Stelle Da Es ist so schnell weg gewesen An der Stelle Hat man kurz was gesehen Und das will ich gerne Und Hier Da unten steht So eine Lektarn Siehst du das? So ein Bücherregal Ist das nicht seine Seine Kapelle? Ist das seine Kapelle gewesen? Stimmt Das war seine Kapelle Ich dachte das wäre was anderes Ja 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 Ich dachte das wäre was anderes gewesen Aber das ist die Kapelle Für mehr Wissen im Hirn Klickt hier Auf dieses Video Oder abonniert unseren Kanal Und seid wieder dabei Bei der nächsten Folge Von Bau die Burg Oh Wer mir das gerade schreibt Riol schreibt mir gerade Oh Hallo Riol Der schreibt Danke Der hat mir nur Per WhatsApp geschrieben Ja Das war die Vierte Folge Bau die Burg Ich hoffe ja mal Dass wir Pumi dazu kriegen Nächstes Mal dabei zu sein Wenn wir eine Reaktion machen Das wäre cool Pumi ist super Das wäre super Ja Ja Würde ich mich sehr freuen Ja Diese Woche gibt es ja gar Entschuldigung Ich wollte dich nicht unterbrechen Ja Sorry Retou Ich wollte sagen Dass das ein cooles Format ist Und ich mich schon auf das nächste React freue Das ist ja schon nächste Woche dann Weil wir ja jetzt so lange Für dieses React gebraucht haben Weil ja letzte Woche noch Bau die Burg Dreharbeiten waren Ich könnte theoretisch Nächste Woche direkt am Dienstag Dann müssten wir nicht Zwei Jahre warten auf das React Super Von mir aus gern Direkt Von mir aus gern Wenn es draußen ist Am nächsten Tag rein Ich kann mal Pumi anschreiben Und dann können wir mal gucken Ob wir das irgendwie Zu dritt hinbekommen Wäre super Das wäre Fände ich richtig gut Aber Dienstag geht für mich prima Wer war denn noch in der Jury? Ähm Ähm In der Jury Nächstes Mal Blizzor Ja Und wer war noch? Ähm Das ist ja eine andere Jury Ah der 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 Journalist Wie hieß er? Ah Ja der vergessen hat Dass der mit uns Einen Podcast aufgenommen hat Dom Dom Schott Ja Dom Schott Genau Das war auch lustig Wir sind bei diesen Dreharbeiten Ich kenn Dom Schott Wir haben einen Podcast Für Solarpunk mit ihm aufgenommen Der macht den Podcast Okay cool heißt der Und ich komm zu ihm Und sag Dom Guck mal so trifft man sich Der Mann echt Hä wie Ja wir haben mal einen Podcast Aufgenommen Ne das wüsste ich Doch Zu 100% Okay cool ne Ja das ist mein Podcast Ja wir haben zusammen Aufgenommen Über Solarpunk Ne hä Was Solarpunk Solarpunk Das Spiel Du bist das Oh Gott Haha Das war ihm so unangenehm Das hat mir richtig leid So elegant Wie du Solarpunk Wieder untergebracht hast Ich freu mich drauf Ich freu mich drauf Dieses Spiel irgendwann Vorzustellen Das war gar keine Absicht Aber Alles gut Alles gut Die Geschichte mit Dom War einfach lustig Ist gut Ähm Ja dann würde ich sagen Mach du deinen Dream weiter Ich bin bei mir quasi am Ende Ich mach noch ein kurzes Nachwort Und dann ist gut Jau Es hat echt viel Spaß gemacht Ja Wie immer Und nächstes Mal Die nächste Burg wird richtig wild Die ist anders als die anderen bisher Das wird witzig Und auch die Builds am Ende sind ganz spannend Ich fand es übrigens spannend Wie knapp es diesmal war tatsächlich Also hatte ich nie mehr so eine Erinnerung Ja ich fand das Ich weiß noch Dass ich mich da ein bisschen Unverbandelt gefühlt hab Äh In der Folge Weil ich fand meine Burg Also ich Also Dass die Burg gleich viele Punkte bekommt Von zwei Personen Fand ich nicht gerechtfertigt Ich hab extra dazu gesagt Ich hab extra dazu gesagt Hier plus und vier minus Ja also Es tut mir leid Ich find's immer noch nicht gerechtfertigt Aber das ist Äh Ich will mir jetzt nicht schlechter Gewinner sein Geht das überhaupt Aber ähm Sehr sehr Ich hab so viele Details mit eingebaut Die Riol nicht mit eingebaut hat Die wurden anscheinend alle Komplett übersehen Das fand ich Nie 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 Oder nicht gewürdigt Aber weiß ich nicht Ja Ja Gut Dann Danke für den gemeinsamen Stream Und ich wünsche dir Viel Spaß Wir sehen uns nächste Woche Ja Viel Spaß gemacht Bis nächste Woche Ich guck dass das mit Pumi klappt Ja Das wär super Prima Bis dann Bis dann Tschüss Da bin ich wieder Äh Ja das war Die vierte Folge von Baul die Burg Ähm Wie gesagt Wir haben ja schon gesprochen Eventuell nächste Woche Gleich wieder Die fünfte Folge Denn am Montag Kommt die neue Folge raus Burg Rheinstein am Rhein ist Thema Eine Historismusburg Ganz ganz spannend Und diese Woche gibt's nichts Wegen Ostern Dafür gibt's momentan Auch noch die Möglichkeit Die Folge Die ihr jetzt gesehen habt Nochmal zu sehen Aber vor allen Dingen Auf Twitch Gibt's im ARD Kanal Noch das Die Aufzeichnung Von unserem Twitch Stream Ich glaub fast zwei Stunden Waren wir Anderthalb Anderthalb Stunden War es diesmal Glaub ich Ähm Ist total unterhaltsam Kandidaten müssen Dinge bauen Kandidaten müssen Jump'n'Run Sachen machen Ich stell die Burg nochmal Genauer vor Also wer mehr haben möchte Auf dem ARD Twitch Kanal Der Link ist unten In der Videobeschreibung Schaut's euch an Ja ansonsten Sehen wir uns Wie gesagt Bald wieder Dann macht's gut Und bleibt gesund Und dann Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n